da steht der hieler v dann schätze ich mal wir sind gleich da weil es sehr viel weiter nach oben geht es nicht mehr also in die stundenorten hier oben weil hoch naja erstmal blinken erstmal blinken doch mit kageschirm oder ja das war not very intelligent from me aber ist egal wir sind auf youtube hm da braucht man sowas für rechtschreibung nicht wie du bewertet alles absicht oder gut wir klauen uns holi hm hm ok von wo ist auch eine waffe oh ich wollte gerade fahren ich wollte gerade 200 waffen erhalten ist ja krass ich würde sagen wir müssen uns durchschießen es wäre jetzt geil wenn ich jetzt so richtig echt auf dem part hätte aber wir haben keine rüstung egal kurz mit 20 männern aufnehmen ohne umstände ohne waffen natürlich mit locker zwei Millionen auch wenn ich nur 200 Schuss habe bester Zeitpunkt ok ist anscheinend irgendwas gutes passiert hier ist doch nichts warum hat er mir waffen gegeben alles egal ich freue mich trotzdem über waffen so der Heli dürfte jetzt wahrscheinlich da oben sein vermutlich mal wo ist er denn hin gut ja ich sehe es schon da oben steht was da oben steht was bitte und auch Fossend da ist niemand ich will ich will ok die wäre Gott um low risk gut das wird lustig denke ich was bringen sonst wäre es nicht so ein Befehl verkeppt das Hauke gelobt 28 Brücke unter uns jetzt 3 2 1 scheiße konnte ich aussteigen ok 3 2 1 ok das wäre daneben gewesen habe ich noch mal Glück gehabt dass ich einen Fallschirm hatte oh Gott hoffentlich töne der mich jetzt nicht das war sehr knapp und da auch schon wieder ein neues neun Spieler ich sag doch das geht im Sekunden ok nicht ganz dass der dass der Auffallschmerzer wird Peral Schmerz After Wirt 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 Zeit Gutt Wirt Mmmm Wirt 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 das sollte man mitgehen kann pp lol Leute ich habe ein Versuch Klapp 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 Aua. Okay. Aua. Warum ist der mich auch genau über der Brücke ab? Scheiße. Naja egal. Ich habe bestimmt schon bessere Versuche. Okay, das habe ich eigentlich noch nie versucht. Heimlich. Loll.